Am Anfang, am Anfang. A, A, Aast. Okay, jetzt. Ohr. Das ist ein Ohr. Zwei Ohr sind Ohren. Jetzt kann ich es euch erklären. Guck mal, du zeigst ein Ohr, dann ist das Ohr. Und wenn es zwei zeigt, dann ist das Ohren. Aber das ist nur ein, dann soll das Ohr heißen. Wenn das A ist, dann haben wir kein Wort. Aber ich weiß nicht, was das ist. Au. Oh, au. Okay. A-Meise oder Ohr-Meise. Ihr könnt uns in den Kommentaren schreiben, was das ist. Aber eigentlich seht ihr das. Okay, ich mache mein Schlitz so. So. Okay. Okay. Okay.